Ja, hallo, mein Name ist Sabine Vogel und ich bin 64 Jahre alt und vom Beruf bin ich Diplompädagogin. Und seit acht Jahren arbeite ich jetzt hier bei Friedehaus im psychosozialen Dienst und bin mitverantwortlich, beziehungsweise auch verantwortlich für die Maßnahmen Moin und Move. Ja, und weshalb ich jetzt hier bei Friedehaus arbeite, gerne arbeite, ich arbeite wirklich sehr gerne hier, das ist, weil mich die Menschen interessieren, die Geschichten der Menschen, wo sie herkommen, was sie erlebt haben und wo sie hin möchten, wie sie sich beruflich verändern möchten. Und mir liegt es wirklich am Herzen, sie ein Stück, das ist ja nur ein kleines Stück, auf ihrem Weg zu ihrem Erfolg zu begleiten. Ja, das mache ich sehr gerne und insgesamt kann ich sagen, dass ich Menschen liebe. Ja, ja. Vielen Dank.